Eine haarige Sache, für die es entweder für den Fakt den Buchstaben L gibt oder für Fake den Buchstaben W. Hast du eine Tendenz? Naja, die Geheimratsecken waren ja noch da. Aber weiß ich, bei Mosa Medical Group, die machen das immer so, dass es natürlich einsetzt, natürliche Haarkonstruktion, weil Fußball ist total beliebt, weil die ganzen Sportler machen ja diese Haartransplantationen. Deswegen, es könnte schon stimmen eigentlich.